Philipp, du warst ja schon mal hier vor eineinhalb Jahren oder so, da war TV-Nummer relativ jung und als du dann irgendwie danach gesagt hast, es hat dir Spaß gemacht und so, das war so richtig für uns noch so, ah, okay, toll, der meldet sich hinterher, war eine ganz großartige Sache und seitdem ist ganz schön viel passiert. Du bist seitdem in den Charts gewesen, hast riesen Konzertsäle bespielt und so und wirkst aber jetzt gar nicht so wahnsinnig durch den Wolf gedreht oder anders. Wie war es für dich, was ist für dich, was hat sich für dich geändert seitdem? Was haben wir verpasst? Ja, ich muss sagen, ich habe auch diese Daten der Vergangenheit irgendwie auch immer gar nicht so richtig genau im Kopf. Ich weiß dann immer nicht, was war vor TV-Noir, was war eigentlich danach? Was man insgesamt sagen kann, ist... Da war einfach noch nicht viel, glaube ich, also bei uns war es... War der Anfang, also ihr habt den Grundstein. Also das war dann schon so, du hattest, glaube ich, das Album gerade raus, aber es war noch nicht so, dass alle Leute gesagt haben, Philipp Hosell ist der Hammer, was jetzt schon der Fall ist. Genau, nach TV-Noir. Nee, eigentlich nicht, aber natürlich trotzdem indirekt auf jeden Fall. Aber rein zeitrechnerisch auf jeden Fall, ja. Ja, also ich habe ein Album aufgenommen, das weiß ich nicht, war das da schon... Das war, glaube ich, gerade fertig. War gerade fertig und dann sind wir auf Tour gegangen, ich habe eine Band auch jetzt mittlerweile und wir sind jetzt mittlerweile dreimal mit demselben Programm eigentlich rausgegangen, ja. Und es sind aber, Techs, immer mehr Leute geworden und ja, das war wirklich schön. Also die ersten Sachen waren noch ganz klein und beim nächsten Mal waren es dann schon ein bisschen mehr und beim letzten Mal waren es dann noch mal mehr, aber wir haben jetzt auch gemerkt, so jetzt ist irgendwie der Zenit erreicht, jetzt muss auch was Neues her, auch für mich. Und genau, es wird heute Abend quasi das letzte Mal noch so das alte Programm abgespult. Nein, nein. Doch, doch. Sehr professionell. Ja, ja, ja.